WOLFALL Grüß Gott und herzlich Willkommen in einem Weingarten vom Weingut Thierry Weber. Ich darf Ihnen heute etwas über das WOLFALL erzählen. Das WOLFALL ist nicht, wie Sie vielleicht fälschlicherweise vermuten, eine verstorbene oder noch lebende österreichische Musiklegende, sondern ich kann Ihnen ein WOLFALL vorstellen. Dies ist eine WOLFALL-Traube. Früher hat man diese bei der Ernte übersehenen Weintrauben am Ende der Lese geerntet und daraus sehr hochwertige Weißweine gekältert. Wir haben diese Tradition wieder aufleben lassen und haben unsere Weingarten durchforstet. Wir haben WOLFALL gesucht und auch gefunden. Das WOLFALL ist ein gemischter Satz aus den Trauben Grüner Vitlina, Riesling, Souvenir Blauer, ein wenig gelber Muscatella und Chardonnay. Für mich ist das WOLFALL immer die Essenz des Jahrgangs, weil diese Trauben von ganz besonderer Reife sind und die verschiedenen Traubensorten mit ihren eigenständigen Charakteristika einfach den Jahrgang am besten widerspiegeln. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem WOLFALL und danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.